Stockholm Studies in Cooperative Religion Krishna Chaitanya, sein Leben und seine Lehre von Walter Eidlitz Der Druck dieser Arbeit wurde ermöglicht durch großzügige Zuwendungen des Humanistischen Forschungsrates des Schwedischen Staates und der Universität Stockholm. Dem Andenken von Professor Ernst Arpmann 1891-1959 und Professor Holger Arpmann 1904-1968 Inhalt Vorwort Einleitung Erster Teil Indische Gottesoffenbarung im Sinn der Shastras und der Strömung von Krishna Chaitanya Römisch 1 Das Entfaltungsspiel Gottes Gottes Wesen Gottes Kraft Gottes Reich Gottes Spiel Römisch 2 Gottes Spiel auf Erden Die Avataras Die Geburt des Ungeborenen Der Avatari Krishna spielt als Damodar Gopas und Gopis Radha im Kreise der Gopis Das Raserspiel Radha in Trennung von Krishna Uthava Die Überlieferung der dienenden, erkennenden Liebe Römisch 3 Das liebende Dienen Bhakti Die Entfaltung der Bhakti Das unmittelbare Dienen durch Liebe In Klammer Rasa Die immerwährende Gottesliebe der Gopis In Klammer Stai Bhav Römisch 4 Krishna Chaitanyas Bedeutung in der indischen Gottesoffenbarung Gemäß den zeitgenössischen Quellen Historischer Hintergrund Chaitanyas Wesen nach den Quellschriften Zusammenfassung Zweiter Teil Auszüge aus den frühen Quellen Römisch 1 Die Lila der Kindheit und Jugendjahre Die Begleiter Chaitanyas, die vor ihm kamen Geburt Kindheit Knabenzeit Der junge Gelehrte Chaitanya besiegt den Weltbesieger Die Lila des Hausvaters Initiation in Gaya Römisch 2 Das Jahr des Kirtan in Navadvib Chaitanya verabschiedet die Schüler Advaita Shrivas Haridas Nityananda Jagai und Madai Chaitanya offenbart alle Shaktis Gottes Bestrafung des Advaitas Chaitanya zeigt den Bhaktas seine vielfache Gottesgestalt Vidyaniti und Gadatara Bestrafung des mohammedanischen Richters Chaitanya wird Sanyasi Fußnote 3 Die Lila der letzten Jahre Chaitanya kommt nach Shantipur Chaitanya auf dem Weg nach Puri Begnadigung Begnadigung Sarvabhomas Begegnung mit Rai Ramananda Pilgerfahrt nach Südindien Pilgerfahrt nach Südindien Begnadigung Pratapa Rudras Die Bhaktas aus Navadvib in Puri Chaitanya wandert nochmals nach Bengalen Auf dem Waldweg nach Vrindavan Chaitanya in Krishnas Hirtenland Unterweisung Rupas in Brajak Unterweisung Sanatanas in Benares Begnadigung der Sanyasis von Benares Tempelreinigung Wagenfest Die Aufträge an Raghunath Das, Rupa und Sanatana Chaitanya's acht Strophen der Unterweisung Chaitanya im göttlichen Wahnsinn Auftrag an Nityananda Chaitanya's Fortgang Anhang Zeittafeln Einleitung des Vedas Die Avataras Zur Sprache der Bengali-Quellen Literaturangaben und Quellenkritik Register Ich verehre Sri Chaitanya den Herrn, durch dessen ergreifende Gnade sogar ein unwissendes Kind Rettung finden kann aus dem Meer der philosophischen Systeme das von den Haifischen der verschiedenen Meinungen wimmelt In Klammer Sri Chaitanya Charit Amrita Adilila 2.1 Vorwort Die Vorarbeiten zu diesem Buch wurden während meines ersten Studienaufenthalts in Indien begonnen, der vom Frühling 1938 bis zum Spätsommer 1946 mehr als acht Jahre währte und mich in den Himalaya und andere Landschaften Indiens führte. Doch den größten Teil dieser Arbeitszeit habe ich hinter Stacheldraht in den Baracken verschiedener englisch-indischer Internierungslager während des letzten großen Krieges verbracht. In meinem Buch Bhaktar, eine indische Odyssee habe ich über diese Zeit vor allem über meine Begegnung und Zusammenarbeit mit meinem Freund und Lehrer Swami Sadhanandandars in dem Gefangenenlager berichtet. Auch meine Bücher Die indische Gottesliebe und Der Glaube und die heiligen Schriften der Inder stellen Vorarbeiten dar. In Schweden wuchs die Arbeit weiter. Während meines zweiten Studienaufenthalts in Indien 1950 bis 1951 war es mir vergönnt, zusammen mit Sadhananda längere Zeit an einigen heiligen Städten zu weilen, die mit dem Erdenwandel Krishna Chaitanyas, des verborgenen Avatara des finsteren Zeitalters, besonders verknüpft sind. Im Umkreis von Navadvip, am Unterlauf des Ganges, seinem Geburtsort, sowie in der heiligen Stadt Puri an der indischen Ostküste, wo Chaitanya den größten Teil der zweiten Hälfte seines Erdenlebens verbrachte. Auch in Benares, wo er am Gangesufer seinem Schüler Sanatana zwei Monate hindurch täglich vertrauliche Unterweisungen gab, und auch in Vrindavan, Krishnas Hirtenland, dem eigentlichen Ziel von Chaitanyas mehrjährigen Pilgerfahrten. Nun ist bloß noch Dank auszusprechen. Warmer Dank den vielen Menschen, die mir bei dieser Arbeit selbstlos beistanden und deren Namen ich leider nicht alle nennen kann. Ihre Reihe geht von Bettelmönchen bis zu Ministern großer indischer Staaten. Insbesondere Dr. Sam Purnananda, dem früheren Gouverneur von Rajasthan, der, als ich ihn traf, die Ämter des Unterrichtsministers und Finanzministers von Uttar Pradesh in seiner Person vereinigte und dann Hauptminister dieses volksreichen indischen Staates wurde, der heute etwa 90 Millionen Einwohner zählt. In Dankbarkeit gedenke ich Weiland Professor Ernst Altmann von der Universität Stockholm, der nach meiner Rückkehr nach Europa durch seine Initiative und sein nie aussetzendes Vertrauen die äußeren Voraussetzungen für die Vollendung dieser Arbeit schuf. Mein innigster Dank aber gilt Swami Sadhananda das, mit dem die Verbindung seit unserer ersten Begegnung in dem indischen Gefangenenlager nie abbrach und ohne dessen unermüdlichen Rat und Beistand diese Arbeit nie zustande gekommen wäre.